Unsere Lebensanzeige ist zu groß. Das gefällt mir richtig. Druck auf den Kopf. Los, Druck auf den Kopf. Und nicht schon wieder so ein Fuzzi, Mann. Na komm. Uiuiui. Geht doch. Chlobox, was du da manchmal laberst, ist echt verwunderlich. Verwunderlich. Wunderlich. Wunderlich nur. Mann, Mann, Mann. Hilfe! Ich komm ja gleich. Chill doch mal. Geht's hier weiter? Weil ich dachte mir, dass... Ich geh einfach mal hier unten. Cool. Ach. Okay. Wir haben grad viele Punkte gemacht, Leute. Mal die Nase juckt. Uuuuh. Hightech. Würden Sie sich bitte an den Empfang begeben? Aber hier hat doch noch irgendjemand geschrien, oder? Ja, ich hab's wieder gehört. Hier hat noch irgendwer geschrien. Müsst du mal kurz gucken. Ich möchte ungern jemanden hier zurücklassen. Ja, schon wieder. Schon wieder. Aber... Da... Doch, da oben. Da oben. Wir brauchen nochmal die, äh... Orangene Dose. Um den Kumpel da oben zu befreien. Ja. Ja. Also... Denk ich mal. Anders würde ich mir das jetzt nicht erklären. Wie wir es sonst anstellen würden. Was? Da, 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 da. Wo ist der? Der war doch hier irgendwo. Ach da. Reicht das? Ja, das reicht. Nummer 2. Eh, äh, was? Eh, 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 eh. Eh muss los. Was musst du machen? Danke. Wo bist du? Was hast du mir gegeben? Oh. Diamant. Danke. Jetzt kann ich weitergehen. Ach, schon wieder so ein fettes Vieh. Der Empfang ist nicht gerade herzig. Dum dum. Oh. Dann hätte ich wenigstens den Typen besiegen sollen, damit ich noch ein paar Punkte kriege. Hier testen unsere Elite-Truppen ihre Waffen mit Präzision und Ausdauer. Präzision und Ausdauer. Okay. Haupt fett. Abonn. Herbert. Naja Du musst schön herkommen Kumpel. 4 ist, wenn jemand das Spiel gespielt hat. Eieiei. Lasst mich mal in Ruhe gucken, Leute. Ich find's geil, dass die dann immer so Mini werden. So. Ich hab das Gefühl, dass wir gar kein Leben zurückführen, wenn wir die in rote Hootlooms verwandelt haben. Ich möchte immer Hootlooms sagen, aber das sind ja die Bösen. Oder kommt das mir bloß so vor, weil wir so eine riesengroße Lebensanzeige haben. Nicht, dass ich angeben will, aber... Und da hinten ist wieder wer. Los, die kommt... Achso. Ich muss da lang. Hehe. Orientierungssinn wie ein Obdachloser. Nummer 3. Rud вам kommt. Ein guck stopped. Hier geht's Vehicle. Achtung, Achtung. Ich erhalte Meldung über eine Motten-Ivasion in den Wölbdrucksechten. Captain Feuerbach, bitte am Empfang melden. Ich wiederhole, Captain Feuerbach, bitte am Empfang melden. War ich das? Ja. Nein, das sollst du doch nicht nehmen, du Opfer, du Opfer, du Opfer. Ach, jetzt sehe ich gar nichts. Ja, super. Ei, 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 zurück. Ja, auch in dem Spiel muss man viel mit Geschick hingehen. Für die Geschick haben. Wieder warten und weiterlaufen. So was ist Geschick. Geschick braucht man, liebe Kinder. Geschick ist wichtig, zur heutigen Gesellschaft. Da oben ist der Furze. Alter, der euch angst. Lalalalalala. So. Und weiter geht's. Aha, aha. Ah. Was war das denn? Leute. Achso, der war da auf der... Ah, der war da auf der Plattform. Das kleine Miststück. Das kleine Miststück. Ja. Das ist ja... Yeah. Die Führung beginnt. Oho, schick. Wir werden dem voller Endbesuch abfahren. Oho, ich glaube ich... Kaum habe ich gesagt. Oh, Mann. Echt jetzt? Ach mein, Glowbox. Ich mache ich fall auf sowas rein. Okay, Leute, ich sehe so weit sonst gar nichts. Das ist verwunderlich. Hm. Oh mein, doch. Na klar. Rüchte, oder? Scheuse. Geh rauf. Na klar. Oh. Nochmal. Also, wir gehen hier rauf. Und dann. Come on. Come on. Hier gibt es verdammt viele Hitscop-Larrys. Dann komme ich nicht hoch. Hier auch nicht. Ich kann bloß da hoch. Oh Mann, oh. Kacke, wir kommen nicht nach unten. Was ist hier? Das ist nix. Äh, na klar. Anders geht es hier noch nicht. Wieso komme ich da nicht hoch? Alter. Oh, ich trottel. Oh mein Gott. Oh, ich habe mir gerade vorher an den Kopf gefasst. Okay, ich bin mal weiter. Weiter geht's. Alter. Dämlicher geht's nicht. Jetzt komme ich hier hoch. Oh, ohne nachzudenken. Kein Hörn im Kopf. Mann, Mann, Mann. Ich könnte mich selbst ins Gesicht schlagen. Autsch. Kacke. Dass ich auch immer so gut spiele, wenn ich aufnehme. Ja, wie lange lebt denn der Fuzzi? Oh, der ist ganz schön abgezogen. Also vom Leben her. Ja. Und wieder das nächste Level geschafft. Und weiter geht's. 53 Prozent. Na ja, Bonus-Level freigeschaltet. Haben wir ewig nicht mehr. Raven. Nein. Äh, Globox. Nein. Nein. Oh, jetzt kommt es auf die Fresse, Fräulein. Wie viele Hudlums hier sind, ist ja schon echt verwunderlich. Super. Schön. Was quietscht denn hier so? Was ich mich frage, ist, wie er das alles hier, der lieber André, oder André, oder wie wir ihn auch immer nennen sollen, eigentlich komische Name für den Bösewicht. Naja, egal. Ähm, wie er das hier alles auf einmal aufbauen konnte, nachdem wir ihn aus dem Bauch von Globox geholt haben. Es ist schon ein bisschen verwunderlich, eigentlich, wunderlich. Mann. Dumme. Was laber ich denn hier? Und ich weiß immer noch nicht, wohin. Moment. Ach so, ist nur ne Kiste. Aber das quietscht voll eklig. Hör auf. Und ich weiß wieder nicht, wohin. Hm. Hm. Hier geht's nicht lang. Hab ich irgendein... Oh. Okay. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, schon wird er abgezogen. Und obwohl er mich so komisch überrascht hat. Noch einmal. Hibbi. Und weiter geht's. Raymond, ich bin hier. Komm und mach mich los. Ja, ich bin gleich da. Wooh! Ihnen steigt das Blut zum Kopf! Ich fühl mich so merkwürdig! Ich hab den Eindruck, klüger zu werden! Oh, wie schrecklich! Blubox und Klüger, das wär keine gute Idee. Verehrte Schwierigkeiten! Ihr dürft sicherlich überrascht sein zu erfahren, dass euer ergebene Diener aus 816 Polygonen bestätigt. Wenn man bedenkt, dass ein Luftvogel nur 300 Platz im besitzt, kann man sich leicht vorstellen, dass ich der Gipfel der 3D-Schöpfung bin! Ach Leute, ist das cool! Die Entwickler haben sich da echt was einfallen lassen. Und ich liebe sie dafür. Voila! So! Voila! Das sind doch wer... Oh! Entschuldige! Wie komm ich da an? Auch von unten! Manches seh ich total schnell und anderes... Da brauch ich immer etwas länger. Nummer 4! Ich muss los! Die Platte putzen! Danke!